weiter weiter erst mal frei gekämpft geht es an die eigentliche arbeit was geht jetzt ab hier mit dem toll so wir machen jetzt drüben mal die tür auf und räumen da den ramsch raus und dann darfst du da pumpen das hier rum wir jetzt einfach raus schmeißen das alles hier hin will schon mal einer die schwimmweste anziehen hier das ausmisten ist weniger der ordnungsliebe geschuldet das team braucht ungehinderten zugang zu einem kleinen aber entscheidenden helfer da darf jetzt einer hier rein und pumpen nur die handpumpe kann momentan den weg zum innenleben der amphibie freimachen